Hallo, hier ist wieder euer Hessemanni. Ja, ich geniesse gerade hier die schöne Zeit, Freizeit. Ich habe nichts zu tun, mir geht es gut. Ich gehe spazieren, ich tue was für die Gesundheit. Ja, man darf ja nicht zunehmen, man darf sich nicht hängen lassen. Muss halt einfach gut gehen. Und ja, was macht ihr so an einem schönen Tag? So ein schöner Tag, herrlich. Ich bin wieder mit meinem Bienchen unterwegs und mache halt mal wieder die Runde. Bienchen freut sich auch. Bienchen, komm her, komm her, ich zeige es euch mal. Bienchen, komm her, hierher bei Fuß. Komm her, hierherher. So ist fein, jetzt warte mal, komm her. Unser Bienchen, mein Bienchen war besser, mein Bienchen ist hier. Ja, wir sind wieder unterwegs, on Tour, mache die Runde wieder, laufe wieder schön rum. Ja, habe erst wieder meinen Hund erstmal wieder schön gewaschen. Er ist wieder wie per Woll gewaschen, richtig reinweiß ist er. Ja, naja, gut, der Bauer, der hat ja hier auch den ganzen Gulasch da hingeschmissen, der ganze Gülle-Kram und den Dreck da. Aber jetzt hat es ja schön geregnet und jetzt ist ja alles wieder sauber. Und mein Bienchen ist auch wieder sauber und dann gehen wir mal mit die Runde. Man muss ja was tun, man darf sich ja nicht hängen lassen. Ja, der Doktor hat ja gesagt, immer Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ja, und ihr seht, was dabei rauskommt. Guckt, wie ich aussehe. Ich sehe doch gut aus, oder? Ja, ich weiß, eigentlich stinkt. Aber ich muss halt mal sagen, oder? Ich kann es mir erlauben. Ich kann es mir erlauben, das zu sagen. Ja, bin fit wie ein Turnschuh. Ja, so ist das. Ja, wenn ihr noch mehr wissen wollt von mir, könnt ihr auch gerne mal in Instagram gehen. Instagram, da habt ihr auch noch ein paar Bildschirm von mir und ein paar kleine Videos noch von mir. Ja. Ach, letztes Mal habe ich bisher ein bisschen Musik gemacht, die habe ich wieder aufgelegt, wo. So, so klar, Gartenparty gehabt. Ach, meine Gülle, war wirklich, war wirklich super, war wirklich super gewesen, du. Ja, wollt ihr gerne mal was mithören? Was ich da so mache? Geht halt mal rein, geht mal auf Spotify, gebt mal ein, his money. Also jetzt seht ihr mal so ein bisschen was, was ich so mache, was ich so mache und ich lache auch über mich selber. Muss auch sein, muss sein, muss sein, ja. Nie daheim rumhängen. Immer raus und den Leuten und feiern und lachen und tun. Genauso mit meinem Bienchen auch immer, gell, Bienchen? Ja, fein machst du das, gell. Ja, gell. So, aber ich habe heute gar nicht so viel Zeit, ich muss nämlich weiter. Ich komme ganz schön hin, schwitze. Ich nehme mich schon mal da vorne und meine Biergarten und da nochmal schnell was trinke und dann geht es wieder heim, Füße hochlegen und dann den Feierabend genießen. Und ihr wisst Bescheid. Und wenn ihr vielleicht sagt, oh, ich würde gerne mal den Kanal, möchte ich gerne mal so abonnieren oder was, könnt ihr gerne machen, überhaupt kein Problem. Macht das einfach. Hier oben, da seht ihr Bilder von mir. Da drückt ihr drauf, dann habt ihr meinen Kanal abonniert und da seid ihr immer wieder auf neuesten Stand. Ganz einfach. Ja, es wird mich freuen. Und wenn ihr halt mir was schreiben wollt, könnt ihr das gerne machen. Kein Thema. Meine E-Mail habt ihr? Wie? Du hast es nicht? Ich sag's dir mal. hessemani65.yahoo.com. Da kannst du mir was schreiben. Ich antworte dir bestimmt zurück. Und ja, ich lass mich nicht hängen. Ich bin so, wie ich bin. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut ihr mal euch die Videos an oder da könnt ihr mal einen Eindruck von mir machen. Und Autogrammkarte findet ihr auf Instagram auch unter hessemani. Ja, braucht ihr nicht mal 60 Cent, Briefmark oder sonst was. Das kriegt ihr ganz kostenlos. Kostenlos. Nur für euch. Aber jetzt muss ich weiter. Also, in diesem Sinne. Bis dann. Euer Hessemani. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.